Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt in Nordrhein-Westfalen keinen Maulkorb für Lehrerinnen und Lehrer, weder von der Landesregierung ausgesprochen noch von einzelnen Ministerinnen und Ministern. Das will ich zu Anfang noch einmal sehr deutlich sagen. Diese Schulministerin ist jede Woche vor Ort, seit Dienstantritt. Sie ist in Schulen präsent, sie ist für Eltern präsent, für Kolleginnen und Kollegen und jederzeit zum Gespräch bereit. Ja, sie hat die Bildungskonferenz initiiert, gemeinsam mit der Ministerpräsidentin dazu eingeladen und sie dann auch moderiert und das auch in einem Beteiligungsverfahren, was es bisher bundesweit so noch nicht gegeben hat. Jeder in diesem Land ist aufgefordert, sich an der notwendigen Schulentwicklung zu beteiligen, egal ob Lehrerinnen oder Lehrer, ob Eltern, Schülerinnen oder auch Schulverwaltung. Und jeder, der Kritik übt, ist willkommen. Kritik sollte aber fachgerecht und aufrichtig sein und redlich. Und sehr geehrte Frau Kollegin Vogt, was Sie hier gemacht haben, gerade nach der Akteneinsicht, ist unredlich und ist einer seriösen Schulpolitik aufs Gröbste wirklich unwürdig. Das ist politische Instrumentalisierung der Offenlegung. Und Sie stellen sich natürlich hierhin, man erzählt nicht darüber und Sie versuchen, eine Legende zu legen und Nebelkerzen zu streuen. Das ist wirklich unwürdig. Sie können gleich am Ende Ihre Frage stellen, die beantworte ich gerne, um meine Redezeit dann auch noch zu erweitern. Jetzt möchte ich gerne durchreden. Aber ich frage mich natürlich, woher haben Sie eigentlich Ihre Fantasien? Und natürlich den Faden aufnehmen, den die Kollegin Hendricks gerade eben schon gezogen hat. Das kann ich mir nur so erklären, dass Sie immer noch die Muster im Kopf haben, die wir an schwarz-gelbem Handeln zwischen 2005 und 2010 erlebt haben, nämlich im Schulressort. Und wissen Sie, was es da gab? Gerade zum Ende der Legislaturperiode eine Ministerin mit Maulkorb. Die wurde nämlich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gelassen. Die durfte gerade noch mal Blumensträuße verteilen, die politischen Reden. Die hat der Staatssekretär gehalten. Sie war nicht in der Lage, noch irgendeine bildungspolitische Entscheidung zu begleiten. Und was dann auch noch da war, ja, der Staatssekretär hat sich ja mehr als politischer Kommissar entpuppt, als seiner Rolle der Verwaltung eines Hauses gerecht zu werden. Das muss man doch deutlich sagen. Sie wissen doch auch von den Anrufen in den Chefredaktionen, wenn mal kritische Berichterstattungen und Kommentare vorgelesen haben. Sie wissen auch von der Drohung des Verklagens an die Opposition, sowohl Frau Löhrmann wie auch mich, weil wir aufgedeckt haben, dass es ein Pressesprecher nicht so ganz genau mit der Wahrheit genommen hat, als es um das erste Zentralabitur ging. Sie wissen doch auch, dass Kollegen und Kolleginnen persönlich einbestellt worden sind, nachdem sie auf Podien sich geäußert haben über die Schulpolitik des Landes. Und Sie wissen hoffentlich auch, dass der Staatssekretär sehr genau genommen hat mit dem Fahnen im Ministerium, wenn er dachte, da wären vielleicht Informationen nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn Sie solche Informationen und solche Fantasien im Kopf haben über Ihre Politik von 2005 bis 2010, dann kann ich das ja sehr gut verstehen. Aber diese Landesregierung, dieses Kabinett, diese Ministerin steht für eine andere Politik, für eine demokratische Beteiligungskultur in diesem Land. Und das werden wir heute unmissverständlich miteinander hier feststellen. Dankeschön. Und jetzt freue ich mich auf die Frage von Frau Vogt. Naja, weniger, Frau Kollegin, weil zwischenzeitlich hat sich Frau Kollegin Vogt zu einer Kurzintervention gemeldet. Noch besser. Und die führt Sie jetzt auch durch. Sehr geehrte Frau Kollegin Bär, ist Ihnen der Fall eines Schulleiters bekannt, der sich bei einer Veranstaltung mit einem Anliegen an die Schulministerin wandte? Die Schulministerin ihm daraufhin sagte, er möge ihr das bitte in einem Brief mitteilen. Der Schulleiter dieses auch tat und danach ernsthaften Ärger mit der Schulaufsicht bekommen hat? Ja, wieder eine von Ihren Darstellungen hier. Der Fall ist mir absolut nicht bekannt. Ja, der Fall ist mir absolut nicht bekannt. Ja, und das ist ja genau wieder das Nebelkerzen werfen, was wir eben auch schon gehabt haben und das nicht offenlegen. Und das ist ja sehr deutlich. Ja, das ist ja Ihre Taktik in der ganzen Nachweisengeschichte. Sie können es ja auch gar nicht nachweisen. Und diese Fälle sind mir nicht bekannt. Ja, das haben wir ja eben gesehen, wie Sie hier agieren. Wie Sie agieren. Und ich habe es noch mal betont, die Ministerin ist im Land unterwegs, ist offen für Gespräche. Das machen wir auch. Und wir nehmen jede Kritik gerne auf, dass hinterher Dinge nicht so umgesetzt werden. Darum, also auch was die Kritik im Anhörungsprozess angeht, das sind die demokratischen Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse. Das hat dann auch jeder zu akzeptieren, nach einer Diskussion. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was dazu zu sagen ist.